Hast du gerade mein Kopfnicken gesehen, Tamara? Wie ich mir den Kopf genickt hab? Schon wieder ein Spiegel. Warte, ist aber ein bisschen langweilig. Er ist da, wo ne Frau an der Wand hängt. Stimmt, wird da ne riesen Anaconda hier. Ein Frauenbild an der Wand. Und so ne einzelnen. In dem Viereck. Ich glaube fast oben. War's das nicht? Guck mal hinten wegen Strom. Äh, nö. Hier. Aber hier ist ein Männerbild. Naja. Naja, wenn du dir den Schnauzer wegdenkst. Kennt ihr schon? Hier hinten ist ne Frau. Vielleicht war's das. Strom ist oben. Ich würde das Schieße ein Foto vom Geist. Ich glaube das hatten wir bis jetzt jede Runde. Ja. Wir haben's doch hier nur einmal geschafft. Äh, ja. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Hallo? Wieso will das nicht reagieren? Wo bist du? Er ist mich im Schlafzimmer. Ja, bei mir reagiert das auch so beschissen. Deswegen mach ich halt auch meistens eigentlich noch dieses Texting an. Wie alt bist du? Oh, wie ist sie? Ey! Wenn du mich willst, lass das Radio aus, davon krieg ich Kopfweh. Bitte. Also er hat Bock auf mich. Halte Monsterbett rum. Ja. So haben wir noch gar nicht angemacht, gell? Hm, wenn du dich oben brauchst? Nee, ich hab mit ihm geredet. Er wollte ja mich... Aber seit wann reagiert denn die Box so schlecht auf das normale... Mit normalem reden. Ich weiß es nicht. Ich hab auch immer jetzt das Problem, dass das irgendwie nicht reagieren möchte. Binde sind nicht frei oben. Strom ist an. Okay, ist ein Irrp? Hab ich keinen gesehen. Ist ja ganz was neues heute. Hm. Ops sind heute ausverkauft, glaub ich. Irgendwie ja. Da fahren wir ganz schön oft Box. Wir haben ja irgendwie heute viele Geister, die uns töten wollen. Ja. Sehr freche Geister auch. Wir machen die Nacht. Schauen wir mal eine Bucht erneuer. Wir kommen jetzt gleich. Dann müssen wir jetzt nach Hause kommen. Wir kommen jetzt. Schreib ins Buch, du Lumpen. David? Mhm. Ich glaube, der ist hier. Draußen. Hier sind drei Grad und da drin sind neun Grad. Vielleicht ist er auch überall und nirgendwo, ich weiß es. Boxen mit ihm. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Hallo, willst du mich gar nicht... Hast du mich jetzt echt geghostet? Wow. Wo bist du? Ja. Okay. Was willst du? Was willst du? Hallo? Wer weiß, glaube ich. Ja, der ist bestimmt noch in der Ausbildung. Der ist halt noch nicht ganz so... Der ist noch nicht ganz so fit. Der hat den Raum geweckt. Oh, der nachzufragen, oder? Er ist Salz gelauft. Was? Was? Du bist nur Salz gelauft. Er ist gelauft. Er ist gelauft. Er hat Läufe, die Läufe gemacht. Na, okay. Gut. Bitte erschieß mich. Jetzt sofort oder später gleich dann? Jetzt. In Gang. Die schlafen. Du willst ja gar nicht schlafen. Na doch. Also Gespenst haben wir nicht, weil er ist durchs Salz gelaufen. Er hantet? Nö, ist nie wendet. Ist ne Hand? Glaubst du, der wird gerade richtig schnell? Wieso hat denn da misch... Ist das wieder so? Ist das ein Deo? Ist das ein Deo? Ich glaube... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich flipp das mal. Ich muss gucken. Lass mich das überprüfen, bitte. Gucke. 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 So, heute ist nicht nur mein Tag. Also heute komm ich wirklich noch beim Sterben ums Leben. Ja, die Geister mögen dich heute nicht. Nee. Ja, ist ein Deo. Ist ein Deo. Können wir losfahren mit Deo. Aber der ist halt nicht langsamer geworden. Das ist das Problem. Das muss ein Deo sein. Hätte der mich aber dort hinten gesehen, wäre der ja aber langsamer geworden schon. Vielleicht ist das halt vom Versteck her zu... Wie sagt man? So kurz, dass er nicht langsam werden kann. Wenn du zum Beispiel in der Garage in Willow hinter den Kisten bist, wird der auch wirklich erst langsam, genau wenn er an der Kiste steht. Hm. Da weißt du, dass das von der Range her nicht weit genug ist. Ich gehe frei jetzt mit Deo. Wir machen einfach eine andere Map noch. Ja. Weil das ist ja doof, wenn du wieder tot bist. Na, ist halt irgendwie Standard, gellä? Ja, also heute bist du, wirst du sehr oft geopfert. Ist irgendwie gerade... War ein bisschen der Wurm drin. Nur ein bisschen höher. Nur ein bisschen höher. Eine Mare? Okay, cool. Ähm... Hä, vor allem, wir hatten noch... Hatten wir nicht die ganze Zeit Lichter? Doof. Untertitelung des ZDF, 2020